Was ist Ihnen heilig? Was mir heilig ist, ist meine Berufung, dass ich Priester sein darf, dass ich Missionar sein darf, dass ich mich um Menschen kümmere, die sonst keine Hilfe bekämen. Die tätige Liebe zum Nächsten, das, weswegen ich hier stehe. Was ist Ihnen heilig? Ja, mir ist heilig, mein persönlicher Glaube, dass ich sage, ja, es gibt einen Gott, der mich trägt und hält, aber genauso wichtig ist mir meine Familie, meine Frau und die Kinder. Vielen Dank. Was ist heilig für Sie? Oh, ich muss jetzt denken. Du sagst etwas, Roger. Leben. Leben. Leben und Familie und die Gerechtigkeit, die für mich wichtig sind. Was ist Ihnen heilig? Ich bin heilig. Sonntag.